. . . . . . . Herzlich willkommen zu unserer 5-Euro-Megashow. Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß. . Ich weiß, dass viele von Ihnen genau auf diesen Moment gewartet haben. Es ist Mittwochabend, es ist 19 Uhr und Sie sehen bei uns jetzt 50 Minuten lang die 5-Euro-Megashow. Das bedeutet 50 Minuten Schnäppchenjagd, 50 Minuten Artikel für gerade mal 5 Euro und 50 Minuten Spaß satt. Sie dürfen gerne bis zu 5 mal pro Besteller zugreifen und wenn Sie bestellen, tun Sie das natürlich gebührenfrei unter 0800 51 51 und 3 mal die 4. So viel Liebe heute Abend. Good vibes only heute. So, es geht mit Licht geht's los hier. Ui. Und zwar kabellosen LED-Strahlern, die 360 Grad drehbar sind, ziemlich hell sind, 100 und Lumen haben. Und die kann man, kann man die rausnehmen? Habe ich das gerade richtig gesehen? Ja. Kann man rausnehmen. Oh, das ist ja noch besser. Oh, das ist ja noch besser. Taschenlampe, ne? Ja, ja. Das ist natürlich großartig. Die sind akkubetrieben, denke ich mal. Ja, richtig. So, und das bedeutet, du hast immer mal ein zuverlässiges Licht zur Hand. Ich sehe auch vorne Bewegungsmelder dran. Nee, doch nicht Akku. Entschuldigung, ich muss korrigieren. Ich habe gerade gelesen, 3 Batterien Typ AAA. Also, ja gut, es ist wurscht, aber sie sind trotzdem mobil, brauchst also keine Steckdose, darum ging es mir. Und du hast natürlich jetzt hier mal ein zuverlässiges Nachtlicht, überall dort, wo du normalerweise kein Licht zur Verfügung hast, im Trefferabgang, im Treppenabgang, im Kellerabgang. Im Trefferabgang, im Trefferabgang. Im Trefferabgang. Im Trefferabgang. Im Arzt. Da denke ich mal einen Moment drüber nach, was das denn sein könnte. Kann man auch mal sehr, sehr gut bestimmt mal in der Garage, im Müllhäuschen oder sowas gebrauchen, in einem Fahrradkeller. Du kommst ganz einfach rein, das Licht geht an und du kannst dich darauf verlassen, dass es eben ausgeht, sobald du den Raum auch wieder verlassen hast. Du musst also da nicht extra irgendeinen Knopf drücken oder sonst so irgendwas. Und wenn du brauchst, nimmst du diesen Leuchtball, so nenne ich ihn jetzt mal, ganz einfach mal raus und hast mal eine zuverlässige Taschenlampe zur Hand. Ein sehr schöner Artikel, finde ich für 5 Euro definitiv ein echter Hingucker. Den Bewegungssensor hattest du angesprochen, den Dämmerungssensor glaube ich noch nicht, der ist nämlich auch mit drin, für eine automatische Lichtaktivierung im Dunkeln. Wir haben auch zwei Leuchtmodi insgesamt zur Wahl, einmal das Dauerlicht, aber auch die automatische Aktivierung per Sensoren dann eben. Ja, gib mir mal einen bitte. Ja, fang. Ist das denn ausgemacht? Ja. Die andere, du auch? Wollen wir es ausprobieren. Aha, jetzt bin ich gespannt. Was will er uns jetzt zeigen? Das ist eigentlich recht unspektakulär. Ist so ein Männerding, weißt du? Aha. Ich verstehe nichts. Was willst du denn mit dem sagen? Iron Man. Oh Gott. Ja, was? Ja, was? Guck mal, der rutscht sogar runter hier. Was war das jetzt? Iron Man. Achso. Ah, okay. Das hat man davon, wenn man nur mit Frauen so eine Sendung moderiert. Du hast die Ehre heute, würde ich sagen. So, liebe Stellnummer ist die NX 93 83 und die 569. Der Will M. aus Schlichtern hat uns geschrieben, wenn man nachts durch die Wohnung geht, ist es wunderbar, wenn automatisch das Licht angeht. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das sehr bequem und angenehm ist. Und Markus D. hat auch schon zugeschlagen gehabt aus Bad Füssing und er hat uns geschrieben, sehr sehr praktisch, verwendbar als Nachtlicht mit Bewegungsmelder und gleichzeitig auch als Taschenlampe. Ich habe schon lange nach sowas gesucht. Echt spitze. Cool. Das ist eben so eine ideale... Ich finde es erschreckend, dass ich mein Hemd aufknöpfe und das eure Reaktion war. Ich verliere mein Sexspiel. Du hast ja nicht komplett aufgeknöpft. Nein, ach so, ach so. Das war vielleicht das Problem. Ja, warte ab, die 50 Minuten sind aber auch nicht drauf. Wir waren enttäuscht, weißt du? Die pure Enttäuschung war das. So. Vielen Dank. Mal gucken, was wir sonst noch in der Sendung haben. Ich weiß aber bei einem von uns, dass er das aufknüpfen muss. Habe ich auch gerade gedacht. Ach so, also. So, aber jetzt kommen wir erstmal, bevor wir noch mal bestimmte Körperregierungen machen. Wollen wir mal erkunden, wie die Temperatur denn so bei unserem Bratgut zum Beispiel ist, oder? Oh. Um mal zu wissen, wie heiß das Fleisch ist. Das wird nicht besser hier. Das passt ja doch thematisch ganz gut. Das wird eine ganz wilde Sendung, habe ich das Gefühl. Ein digitales Braten- und Ofen-Thermometer. Sehr cool gemacht mit Touch-Display. Nicht über die blöde Drückerei auf irgendwelchen Knöpfchen rum. Mit Timer und das Ganze geht bis 250 Grad Celsius. Hast du dich auch gebacken? Ja. Du hast gebacken heute. Gestern? Ja, gestern. Gestern Abend. Und ich muss sagen, dass manchmal, du brauchst auch solche Temperaturmesser für Soße oder für Creme oder für heiße Schokolade. Und du brauchst wirklich, du brauchst genaue Temperaturen. Und ehrlich zu sein, ihr habt kein Messer. Oder ihr habt solche gesehen, aber die kosten 20, 30 Euro. Das ist eigentlich zu teuer. Hier für 5 Euro, wir haben ein Messer für Fleisch, für Back, also für Soßen, für Schokolade. Und auch, ich sehe, dass wir haben auch verschiedene Modus, zum Beispiel. Ja. Du kannst auch Fisch machen. Ja. Lamm. Lamm. Chicken. Chicken. Hamburger. Putten. Lecker. Für einen Turkey in Hamburg? Beef. Für Diana geht's auch. Beef machst du ja gerne. Beef? Lecker. Pork. Pork. Und Fisch. Mach mal den Fisch noch. Super, gut gemacht. Sehr gut. Wenn Pöltefau jetzt, wenn zu Hause jetzt jemand sitzt, der hat gerade zum ersten Mal Pöltefau entdeckt. Und sieh, wie wir zwei hier sitzen. Der denkt auch, die haben sie nicht alle. Ich kann die Temperatur messen. Und Recht haben sie mit dem, was sie da denken. Den Fisch will ich aber nicht essen. Wie sieht man meine... Ariel. Okay. Ist das ein kurzer Fisch oder war das hohe Flossen? Okay, zurück zum Bratenthermometer vielleicht. Gute Idee. Ich finde das total super, weil ich weiß nicht, was die optimale Temperatur bei welchem Grill- oder Bratgut ist. Deswegen finde ich es super, dass wir hier diese Voreinstellungen haben. Und wir können ja nicht nur auswählen, was für ein Fleisch wir beispielsweise grillen, sondern auch wie durch das sein muss. Und einen Timer haben wir hier auch noch mit drin. Den habe ich auch schon entdeckt. Der geht in zehn Minuten los. Tut mir leid, falls es gleich piept. Ich habe da ein bisschen rumgespielt. Aber es ist einfach eine super Sache, mal hier endlich Gewissheit über die Temperatur zu haben. Und vor allem, dass Sie hier den Pearl TV-Sonderpreis absahen können. 12 Euro ist der Preis bei Pearl.de. Das heißt, Sie sparen hier über die Hälfte. Aber das ist ja sowieso die ganze Sendung über eine Sensation, oder? Dass wir so viele Produkte für nur fünf Euro haben. Auf jeden Fall. Fünf einstellbare Garstufen. Von Splatter blutig bis hin zu dreimal tot durchgebraten. Geht alles. Was? Also ich mag es am liebsten Melium. Melium. Ich glaube, ihr versteht meine Memo heute Abend nicht. Nee. Ich habe Fragezeichen im Kopf. Ich will weitermachen. Gut, dann sage ich jetzt eben gar nichts mehr. Garst, wir sind blond. Bitte schön. Der Blond ist hier. Aber das ist eine nette Umschreibung, ja. Alle Blond sind. Dankeschön. Ja stimmt, sind alle Blond hier. Ja, richtig. Das merkt man auch bis jetzt. So, was haben wir denn hier? Wie lange oder wie oft zeigen wir diese Bananen eigentlich noch? Die sind doch schon seit drei Wochen frisch, oder? Weil sie dürfen in den Kühlschrank nicht gehen. Ich habe schon gestern gesagt. Aber es geht ja gar nicht um diese Banane. Halt doch mal die Banane, bitte. Wir haben was richtig Praktisches, gerade für die Urlaubssaison zum Beispiel. Wenn Klein Karst mal wieder mit seinem Auto ganz lange unterwegs ist, in den Urlaub fährt, dann hat er hier eine Kfz-Rückenlehnen-Organizer für Spielzeug, Bananen und Co. Achso. Pass auf. Bist du mal die Rückenlehne? Sehr gut. Wie soll ich denn da jetzt einräumen? Was man da alles reinräumen kann? Guck mal, mach mal die Klebtasche auf. Das kann ich doch nicht machen. Bitte schön. Dann steck mal die Bananen da rein. Ich kann so nicht arbeiten. So, pass auf. Du kriegst erst mal die Brille. Perfekt. Dann haben wir hier noch ein Portemonnaie. Guck mal, da ist sogar eine Flaschenhalterung. Wir haben ein Handy, ein Handy. So, hier. Achtung. Gäste mit an Bord hat, finde ich das für einen als Organizer auch super gut einfach. Eine Schere? Geht auch. Warum nicht? Schere? Mehr habe ich nicht. Sechs Taschen in verschiedenen Größen bieten Raum für Spielzeug, Kuscheltiere, Getränke oder auch Snacks, Bücher, Straßenkarten und vieles mehr. Die offenen Taschen sind leicht zugänglich, die Klettverschlusstaschen bewahren alles sicher auf. Ich finde das wirklich sehr praktisch. Gerade wenn man zum Beispiel Kinder im Auto hat. Die haben doch immer einiges mit dabei. Wirklich cool. Ja, mit Kindern, das ist immer so viel. Du musst essen auch. So etwas, was sie können malen, Handy, iPad. Also ich habe meinen Neffe wirklich bei ihm, dass immer alle Spielzeuge auf dem Boden. Aber hier, das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Kann ich das als Screenshot haben, bitte? Und das ist nur für fünf Euro. Ja, das ist wirklich clever. Gerade auch für strampelnde Kinderfüße. Kennen Sie bestimmt, wenn dann einfach schmutzige Schuhe an den Vordersitz kommen. Hiermit haben sie dann auch die clevere Lösung. Und das sind wir gerade für fünf Euro. Da habe ich früher immer Ärger für bekommen. Das soll meine Füße mal bei mir halten. Was willst du denn auch machen, wenn du kurze Beine hast als Kind? Ja, siehst du? Ja, klar stippen die Fußsohlen nach vorne. Klar stippen die Fußsohlen nach vorne. So. Als Erwachsener machst du ja immer mal so. Auf jeden Fall, wenn jemand mit Krümel in mein Auto kommt, dann ticke ich aber aus. Da ist sie. Aber schau mal, sieht ja direkt schon wieder ganz anders aus hier. Spielzeug. Ja. Vor allem, du hast ja sowieso einen halben Hausstand eigentlich immer dabei im Auto. Ich weiß noch, als wir einmal dein Auto ausgeräumt haben und sauber gemacht haben, das war allerlei Kram. Ja. Der wäre so schön sortiert gewesen. Mein Baseballschläger wird immer ganz groß angeguckt. Hast du den echt immer dabei? Mhm. Selbstverteidigung muss ja auch sein. Aber das bestellen Sie übrigens mit der NX 94 19 und der 569. Und schon kommen wir zum nächsten 5-Euro-Produkt. Auch sehr praktisch. Wir kehren noch mal zurück in die Küche. Wir waren doch schon in der Küche, ne? Ja, genau. Mit dem Bratenthermometer. Jetzt haben wir hier eine Löffelwaage. Richtig. Eine digitale Löffelwaage. Eine digitale Löffelwaage. Du klingst so begeistert, Carsten. Finde ich cool. Sehr cool. Weil du häufig, ich sag mal, kleine Mengen abwiegen musst. Gewürze beispielsweise. Jetzt bin ich ein Mann, wenn da steht eine Prise. Was ist denn eine Prise? Ja, so. Also, keine Ahnung. Wenn du da jetzt mal 20 Gramm Oregano oder sowas abwiegen möchtest. Ich weiß gar nicht, ob eine normale Küchenwaage sowas anzeigt, die ja vielleicht erst ab 100 Gramm oder was reagiert. Hier reagiert die, glaube ich, auf 1 Gramm genau, oder? Nein, noch weniger. 0,1 Gramm genau. Auf 0,1 Gramm? 0,1 Gramm genau. Das ist natürlich krass. Und insgesamt 500 Gramm kannst du hier mit messen. Wir haben drei Wiegelöffel. Ah ja, hier sehe ich es gerade. Also, für jede Größe. Oder du hast hier drei Größen zur Auswahl. Hier siehst du sogar die Milliliteranzahl. Das finde ich ja auch gut. Komm mal, wenn du hier genau hinschaust, siehst du hier die Milliliter. Also, die sind mega praktisch, finde ich. Carsten, du machst Sport, oder? Ja. Und dann vielleicht, du trinkst auch diese Proteinshakes. Ja, natürlich. Du brauchst das auch. Das geht irgendwie. Du brauchst immer 30 Gramm, zum Beispiel Protein oder 40. Ja, ja, ja. Das ist voll praktisch. Also, mir gefällt das. Also, gerade so für solche Geschichten, so Nahrungsergänzungen, Pülverchen und so weiter, kannst du sowas mal hervorragend gebrauchen. Ja, für Kinder auch. Für Salzstreuer auch. Ja? Ne, also alles, was wirklich im kleinsten Millibereich gemessen werden muss. Für Backen. Da, glaube ich, eine normale Waage oder was, die reagiert vielleicht mal auf 5 Gramm. Wenn du Glück hast, auf 1 Gramm genau. Und das ist schon hochpräzise. Entschuldigung. Da kannst du jetzt hier auf 0,1 Gramm genau wiegen. Finde ich super. Ja, also definitiv eine richtig tolle Sache. Entschuldigung. Entschuldigung. Wenn. Dann koche ich auch nur mit der Kochbox, die mir zugeschickt wird. Ne, aber das ist wirklich richtig toll für nur 5 Euro. Die Artikelnummer ist die ZX6110 und die 569. Über Gewürze hatten wir schon gesprochen. Über Protein-Checks haben wir gesprochen. Und Tilman B. aus Hünste hat auch noch über eine weitere Möglichkeit gesprochen. Leichte Bedienung und gute Hilfe bei meiner Diät zum genauen Abwiegen von Müsli und so weiter. Das ist auch ein Thema. Man kann damit auch super seine Haustiere wie Vögel wiegen. Ah, natürlich. Kleiner Tipp am Rande. Man kann Vögel wiegen? Was wiegt denn so ein Vogel? Was wiegt denn so ein Vogel? Ich weiß es nicht. Ich habe meine nie wiegen können, weil die nicht auf eine normale Waage gehen. Kann ja nicht viel sein, oder? So ein Spatz oder so. Ja. Dankeschön. So. Was ist denn das? Ja, das muss man sagen. Du musst uns erklären. Das ist eine biegsame Welle, glaube ich, so heißt das. Eine biegsame Ratsch. Eine Ratschenschraubendreher mit flexibler Welle. Und das passende Zubehör auch schon mit dabei. Eine Ratsch ist bekannt, oder? Also quasi ein Handschraubendreher, den man nicht immer wieder neu ansetzen muss. Das heißt, man kann damit sehr gut Schrauben aufdrehen oder eben wieder zudrehen. Das ist schon mal großartig. Da passen übrigens die Bits und die Steckschlüsselaufsätze auch schon vorne drauf. Wenn du aber jetzt mal an eine etwas schwer zugängliche Stelle ran möchtest, im Motorraum beispielsweise oder hinten im Schrank irgendwo, wo du vielleicht so gar nicht rankommst, kannst du diese Welle biegen, flexibel bewegen und dann an einer Stelle schrauben, wo du normalerweise mit einem Schraubendreher oder ohne großen Aufwand überhaupt keine Chance hättest. Damit kommst du wirklich auch mal in den hintersten Winkel hinein, ohne großartig Aufwand zu betreiben. Finde ich hervorragend. Das passende Zubehör ist mit dabei, ein ordentlicher Bitsatz ist mit dabei und die Steckschlüssel ebenfalls. Ein sehr, sehr beliebter Heimwerkerartikel. Brauchst du vielleicht nicht jeden Tag, aber wenn du ihn brauchst, hast du hier wirklich mal ein zuverlässiges Werkzeug zur Hand für schwer erreichbare Stellen. Ja. Also das ist ja ein absoluter Standard. Du drehst dich ja dumm und dusselig, wenn du nicht so eine Ratsche hast. In der Tat. Wisst ihr, was ich am Wochenende aufgebaut habe? Einen Griff. Wisst ihr, wie lange ich gebraucht habe? Drei Stunden. Ich bin fast wahnsinnig geworden. Und da gab es auch so Schrauben, wo man fast nicht so richtig dran gekommen ist. Ja. Dafür ist sowas eventuell auch ganz gut. Ja. Wie gesagt, wenn du irgendwo auch mit der Hand nicht weiter reinkommst. Du kannst es draufsetzen und kannst dann hier eben durch diese Flexibilität in der eigentlichen Welle, also wirklich hervorragend damit arbeiten. Übrigens die Aufsätze, die hier dabei sind, die passen auch mal in einen handelsüblichen Akkuschrauber. Ja. Muss also nicht unbedingt immer so eine flexible Welle sein. Aber das ist super. Wie gesagt, brauchen sie vielleicht nicht jeden Tag. Aber wenn sie es brauchen, bei schwer zugänglichen Stellen sind sie froh, dass sie es haben. Schöne Artikel. Also definitiv sehr, sehr sinnvoll diese Artikel. Also ich meine schon allein diese Bits, so ein Bitset, könnte ich mir vorstellen, könnte im Baumarkt auch schon bei 5 Euro ungefähr liegen. Aber hier haben sie die Ratsche mit dabei und noch den entsprechenden Aufsatz. Ja. Alles ist hier auch super gut verstaut, also geht nichts verloren. Solche Bits verliest du ja sonst immer sehr gerne. Die fallen mal gerne irgendwie auf den Boden oder so. Das stimmt. Hier sind die richtig schön geordnet, richtig schön fest, auch richtig schön markiert, hier was wo eingesteckt ist. Alleine so eine Ratsche. Ja, hier ist mal ohne das komplette Zubehör, ohne die flexible Welle. Also da zahlst du mit Sicherheit, da bauen wir schon locker deine 10, 12 Euro für. Ja, in einer guten Qualität auch gerne mal 20 oder mehr. Aber hier ist eben dann die flexible Welle noch mit dabei, plus die entsprechenden Stecknussaufsätze und die Bits auch noch. Also wie gesagt, ein schönes Komplettpaket hier. In unterschiedlichen Größen, mit unterschiedlichen Profilen. Also nochmal, das werden sie nicht jeden Tag brauchen, aber wenn sie es mal brauchen, vielleicht mal für einen Umzug oder was. Ja, oder mal zum Reparieren von diversen Teilen. Wir haben viele Kunden, die machen das hier im Automobilbereich oder im Motorradbereich, wenn er geschraubt wird, kann man das hervorragend verwenden. Also Ratschenschraubendreher mit flexibler Welle, neuen Bits, neuen Steckschlüssel, alles komplett mit dabei. Und das wird der ZX 8064 und der 569. ZX 8064 und der 569. Ja, ein schöner Artikel. Ein Standard. Haben wir auch immer regulär in den Handwerkersendungen häufiger mal dabei. Dann aber nicht zu dem Preis hier. Ja, definitiv nicht. Das ist es ja immer. In der 5 Euro Megashow lohnt es sich immer nochmal den Warenkorb ordentlich voll zu hauen mit allerlei Schnäppchen. Denn übrigens als Wandinfo 150 Euro Bestellwert pro Tag erreichen. Und das Paket kommt versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. Das heißt, es lohnt sich so richtig. Ja. So, was haben wir jetzt? Diana, wir sind Poker-Face, oder? Ja. Das haben wir da drin. Lässt sich wieder nicht in die Karten gucken. Ach ja. Schon wieder Küche. Gewürzstreuer, Gewürzbehälter, Gewürzstreuer-Set. Wie viele? Sechs Stück. Alle sechs. Für 5 Euro. Ich habe etwas im Hals. Ein sechsteiliges, stilvolles Gewürzstreuer-Set aus Glas. Also wir reden hier nicht von Poplik und Plastik oder Kunststoff. Wir haben hier richtig schöne Glaselemente. Dementsprechend hygienisch sind diese Teile und natürlich auch leicht zu reinigen. Und wenn ich das richtig sehe, hast du auch zwei Möglichkeiten, das Gewürz auszuschütten. Ja, grob und fein, ne? Für kleine oder für große Mengen, oder? Mhm. Lass mich gucken. Und Diana würzt auch gerade hier ihren Salat. Diana, da warst du doch beim Kochen. Ja, also ich liebe so verschiedene Sachen, zum Beispiel Rosmarin oder Curry oder Kurkuma. Und natürlich, das alles braucht seine eigene Dose. Und hier, guck mal, wir zahlen weniger als 1 Euro pro Stück. Das stimmt. Wirklich schön. Das ist richtig. Also normalerweise ein Stück könnte schon 4, 5 Euro kosten. Hier, wir haben ein sechster Set. Und ich glaube, bei jeder Küche findet das Platz. Das passt zu jeder Küche. Glas und solche Metall. Sieht sehr, sehr elegant aus. Sieht sehr schön aus. Die kannst du auch mal zeigen. Anders als diese Plastikteile, die man da schon mal im Supermarkt kauft, sind vielleicht praktisch. Ja, aber schön sind sie nicht. Das hier ist definitiv was anderes. Übrigens eine Dreifach-Dosierung oder Dreifach-Dosierwähler. Feine Lochung, mittlere Lochung, grobe Lochung. Ist alles möglich. Und der Aroma-Verschluss ist auch mit dabei. Das heißt, Sie können das Ganze zudrehen müssen. Also jetzt kein Papierbeutelchen wieder irgendwie zuschweißen oder zudrehen, zuknoten oder sowas. Ganz einfach den Deckel zudrehen. Und dann bleibt natürlich auch das Aroma vom Gewürz enthalten. Und für Gewürze zum Selbermachen schreibt uns die Mina aus Marburg wie auch zum Verschenken ideal. Und der Jörg aus Lohnsee schreibt uns, zuerst war es nur ein Set. Jetzt ist alles, was mit Gewürzen zu tun hat, in diesen Gläsern verstaut. In einer Schublade steht nun alles von A wie Anis bis Z wie Zitronengras. Sauber aufgeräumt und mit Etiketten auf dem Deckel versehen. Bereit für den nächsten Einsatz. Sehr gut. Sehr stilvoll. Da kommt eine ganze Menge zusammen. Deswegen sei an dieser Stelle nochmal erwähnt, Sie können gerne bis zu 5x pro Besteller zugreifen. Also auch dann, wenn du Gewürz-Fan bist und gerne mal so unterschiedliche Gewürze ausprobierst, kannst du hier gerne nochmal ein zweites oder ein drittes Set bestellen. Ist bestimmt kein Fehler. Freuen sich bestimmt auch andere drüber, wenn du es verschenken möchtest. Schönes Teil. Ist ja sowieso voll im Trend immer so Extra-Behältnisse zu haben und nicht diese ollen Plastik-Dinger. Viel schöner finde ich so, oder? Einzelhandel. Stilvoller. NC3312 und die 569 übrigens. Ui! Juhu! Juhu! Ein Preisalarm hatte ich eingangs gar nicht erwähnt. Sie dürfen gerne bei allen Artikeln bis zu 5x pro Besteller zugreifen. Allerdings beim Preisalarm nicht. Das dürfen wir nur einmal pro Besteller rausgeben. Es lohnt sich aber in der Regel ganz besonders, denn unser Preisalarm hat immer ein ganz besonders ausgeprägtes Preis-Leistungsverhältnis. Und das ist ein Steckdosen-Adapter mit Schuko-Stecker. Ja, nicht nur das. Und wie viele USB-Anschlüsse sind das? Vier. Vier. Also insgesamt fünf Steckmöglichkeiten. Also wir sind im Teleshopping, wir haben nicht nur eine Steckdose. Wir haben nicht zwei, wir haben nicht drei, wir haben nicht vier. Wir haben insgesamt fünf Steckdosen für eine einzige Steckdose, die Sie dafür brauchen. Einmal Schuko und viermal USB und das für? Fünf Euro und ich höre gerade, die Stückzahlen gehen schon deutlich runter. Genau so ist das. Also zugreifen. Und eine Probe. Richtig, deshalb gehen die auch runter. Ja, aber sowas ist echt total praktisch, weil Sie kennen das vielleicht auch, bei mir ist der klassische Fall beispielsweise am Nachtschränkchen. Da lade ich ziemlich viel, da habe ich mein Licht, da habe ich mein Wecker, mein Tageslichtwecker, da habe ich mein Handy, da habe ich mein iPad und ich habe nur zwei Steckplätze eigentlich dort in der Wanne. Aber ein riesen Nachttisch, oder? Ja, da passt viel drauf und viel rein. Aber es ist ja so. Ja, und weißt du, ich habe halt so eine große Steckdosenleiste, aber jetzt fällt mir auf, das wäre eigentlich viel, viel praktischer, weil ich alles USB-geladene Geräte habe. Also ein Stecker reicht hier in dem Fall, also so eine kleine Mehrfachsteckdose, dann hast du nicht so eine olle Stange irgendwo rumliegen, die eh einstaubt, die du eh immer beim Staubsaugen anheben musst. Aber die sind hässlich. Echt hässlich. Oder ich finde auch super praktisch, immer mitnehmen, zum Beispiel im Hotelzimmer, dass immer nur eine Steckdose beim Bett und dann da steht zum Beispiel auch Nachttischlampe und dann du musst zum Beispiel dein Handy, dein Tablet, dein Kopfhörerladen, ich weiß nicht, Navigationssystem und so was. Ein Wecker mit Dauerstrom, da geht es ja schon los. Ja, ja, super praktisch. Also normalerweise eine Nachttischlampe und ein Wecker, da brauchst du schon zwei Steckdosen für normalerweise. Ja. So, und wenn du jetzt ein Handy laden willst oder hast du mal einen E-Book-Reader oder sowas daneben liegen, dann wird es ja schon eng. Deswegen ist sowas großartig. Sie brauchen den Adapter zwar für die Steckdose, ja, aber Sie sehen auf der anderen Seite, beziehungsweise hier an der Front, dass eben hier die Steckdose gleichzeitig quasi verlängert wird, sodass Sie weiterhin auf eine Schubbesteckdose zugreifen können, aber Sie bekommen eben zusätzlich nochmal vier USB-Anschlüsse, um bis zu vier Geräte per USB-Strom gleichzeitig zu laden oder betreiben zu können. Super auch für die Küche, da laden viele ihre Handys oder ihre elektrischen Geräte auf, die USB-Geräte und gleichzeitig hast du eine Kaffeemaschine, einen Toaster oder einen Mixer oder sowas, den du anschließen möchtest, kannst du alles hier an einer Steckdose machen. Ich finde den Kundenbeitrag hier spannend von, ich glaube, Ursula, hier steht nur Ursula aus Püttlingen. Immer mehr Geräte kommen heute mit USB, aber ohne Netzteil. Mit diesem USB-Netzteil kann ich vier Geräte und zusätzlich ein Gerät mit normalem Schutzkontaktstecker nutzen, meiner Meinung nach ein Top-Produkt. Ich habe mir gleich zwei bestellt. Stimmt, habe ich gar nicht dran gedacht, voll oft fehlt dir das Netzteil. Hier hast du gleich fünf in einem und ich meine unser reguläres, normales USB-Netzteil mit nur einem USB-Steckplatz. Das liegt ja bei über fünf Euro auf jeden Fall. Und hier sehen Sie bei Pearl.de, hier liegt der Preis normalerweise bei knapp 13 Euro, aber für Sie hier an dieser Stelle nur fünf Euro. Das ist jetzt definitiv was, wo ich sage, das gehört auf jeden Fall in den Einkaufskorb, oder? Ja, also finde ich ein großartiger Artikel. Ist ein Preisalarm, ne? Ja, nur einmal. Nur einmal bestellt, aber fünf Stecker gleichzeitig bekommen. Für fünf Euro. Ist ein guter Deal. Das sind nur gute Deals. Ich meine, wo kriegst du heutzutage noch Sachen für fünf Euro? Das kannst du doch an einer anderen zählen, oder? Ja, in der Tat. Ah, das passt perfekt dazu. Oder? Ladekabel. Aber was für eins. Das ist jetzt nicht irgendeins. Ich favorisiere immer diese Art von Ladekabeln. In dem Fall ist das die Textilummantelung, die ich so sehr schätze. Aber ich sehe jetzt gerade beim Ausrollen, das hat noch einen mega Vorteil. Drei Anschlüsse. Wir haben hier drei Aussätze. Einfach aushelfen kann. Schnell und einfach kann ich so ziemlich jedes Gerät laden. Mittlerweile wurden schon einige dieser Kabel nachbestellt. Vielen Dank. Liebe Grüße nach Bochum. Macht Sinn. Kenne ich selber. Von Besuch. Ja, letztens kam auch ein Bekannter von mir in eine quasi iPhone belastete Wohnung rein. Er hat aber ein Android-Gerät und sagt, hast du ein Ladekabel? Ich so, ja. Sehr gut. Dann ist er bei dir geblieben. Zack, ja. Ich habe das Kabel auch. Ich glaube ein bisschen kürzer ist meins, aber trotzdem, diese drei Stecker sind großartig. Ich meine, mein iPhone braucht den Lightning-Anschluss, meine Kopfhörer brauchen den Micro-USB und ich habe noch ein anderes Gerät. Da brauche ich die Kopfhörer, diese kleinen, die brauchen den Typ C. Kannst du alle drei jetzt hier mit einem einzigen Kabel laden, gleichzeitig laden, wohlgemerkt. Ich finde das auch praktisch fürs Auto, weil auch im Auto hat man ja manchmal irgendwie Personen, die man gerne mitnimmt, Freunde oder auch Familie und dann kann jeder hier sein Handy aufladen. Weißt du, auch das ist wieder so eine Sache. Da müssen wir einfach einen Vergleich zur Realität ziehen. So ein textilummanteltes Kabel schon allein mit nur einem Steckeranschluss, da zahlst du auch definitiv mehr als fünf Euro. Habe ich noch nie für fünf Euro gesehen. Hier jetzt mit drei Anschlüssen. Das ist wirklich super toll. Auch wieder ein Muss, würde ich sagen. Wenn du Glück hast, kriegst du mal in so einem Elektronikfachmarkt, so irgendwo so einen Nice-Price am Grabbeltisch an der Kasse oder sowas, mal so ein Ladekabel von mir aus mal für sieben, acht Euro. Aber nicht mit einem Textilummantelt. Bestimmt nicht Textilummantelt und das rechte ich mit drei Anschlussmöglichkeiten. Also insofern, hast du völlig recht, sind die fünf Euro hier fernab der Realität, aber dann doch definitiv möglich, wenn sie jetzt hier zugreifen, bekommen sie nämlich dieses 3 in 1 Schnellladekabel. Übrigens mit einem 1,20 Meter Gesamtlänge für gerade mal fünf Euro. Greifen Sie da ruhig mehrmals zu. Das kann man also auch immer mal sehr gut verschenken. Also da kenne ich kaum jemanden, der es nicht gebrauchen könnte. PX2460 und die 569. Übrigens kleiner Hinweis, wenn es manchmal ein bisschen schnell geht bei uns, Sie können gerne nochmal nachschauen auf poell.tv. Da haben wir alle unsere Artikel natürlich aus der 5 Euro Megashow nochmal für Sie hinterlegt. Der Preis gilt zwei Stunden, solange der Vorrat reicht. Und da können Sie gerne nochmal nachschauen, ob Sie gleich was verpasst haben oder übersehen haben. Für mich. Hast du bestimmte Wünsche geäußert? Oh, ich weiß was. Habe ich Wünsche geäußert? Jetzt kannst du deine Knöpfe... Ich glaube, das habe ich, aber die passen nicht in diesen Karton. Du musst jetzt aufmachen. Ah! Kennst du? Ja, das ist ein Faltbrett. Heißt das so? Wäschefaltbrett. Wäschefaltbrett, ne? Für Hemden, Carsten. Du hast ja eins an. Ach, wer hat denn das Hemd da eingepackt? Wäschefaltbrett, wäschefaltbrett, wäschefaltbrett. sehr sehr akkurat sehr ordentlich was macht wie machen männer ich habe keine ahnung was ist hier los das wird hier eingespannt ein bisschen auseinandergerutscht haben wir gleich wieder hin so warte 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 ich kann das ich glaube das ist falsch und ich muss das ist ein faltbrett das heißt man kann damit die ärmel und das t-shirt quasi die ärmel reinklappen und das t-shirt halbieren das schöne ist das faltet alle kleidungsstücke auf eine perfekte größe nämlich aus der dina 4 größe für alle bei der bundeswehr waren die kennen das da muss also auch im schrank muss immer alles 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 akkurat sein 1 2 3 jetzt wollen wir das jetzt nicht klappt ist mein rufe alle zeiten ruiniert du hast halt hier wirklich dadurch dass du diese führung allein kann das nur gut werden glaube ich zwei und jetzt nimmst du das untere teil und jetzt zeig mal festhalten das rutscht auseinander wahnsinn applaus gut ne das hast du wirklich sehr gut geht schnell überleg dir mal wenn du so fünf hemden hast oder zehn hemden so zack 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 das ist bei t-shirts ist das großartig ich habe ich habe meine t-shirt in den komoden und da passen immer so gerade so 33 t-shirt packs nebeneinander dann dürfen sie aber nicht zu breit gefaltet sein also dina 4 größe ist perfekt passt so in diese diese normen größe von von kleiderschränken hinein und gerade wenn sie eine große familie haben viele kinder die viele t-shirts tragen über die woche verteilt ja da muss eine ganze menge falten das immer sehr umständlich auf dem bügelbrett oder irgendwo auf dem tisch oder so das geht mit so einem faltbrett ganz hervorragend ist ein klassischer standard teleshopping artikel gibt seit vielen vielen jahren unverändert ich habe jeder der bei der bundeswehr war der kennt das der kennt das thema ich habe mal vor über 30 jahren habe ich mal in einem bekleidungsgeschäft in köln gearbeitet da hatten wir solche solche faltbretter auch ja das ist auch wirklich richtig clever wir haben ja auch kundenbeiträge die agneta schreibt für die hausfrau eine große erleichterung ist sehr zu empfehlen der timon der schreibt schnelle ordnung im kleiderschrank mit dem faltbrett damit machte wäsche falten fast spaß zwinker schreibt witziger arbeitshelfer genial einfach und praktisch und viele viele weitere kundenbeiträge haben wir bestellen sie gern mit der nx 58 38 unter 569 und das ging ja wirklich richtig einfach das geht zack 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 fertig in der perfekten größe alles genommen im schrank sauber und ordentlich akkurat akkurat perfekt das hat uns gefällt beim letzten produkt bitte was hat gefehlt ja ich bin gespannt was ist das bei dem letzten ah ja stimmt genau wir haben ja geguckt wie schnell du im hände zu sein händen zusammenfalten ist und das hätten wir hier mit messen können es handelt sich nämlich hierbei um einen elektronischen timer mit ton licht und vibrations alarm das finde ich ja auch mal gut hast du nicht immer dieses laute dieses laute piepen sondern vielleicht hast du es auch einfach in eine tasche und wirst durch die vibration darauf aufmerksam gemacht es gibt ja auch leute die höre nicht mehr so gut ne da ist so ein akustischer timer natürlich auch echt blöd dann lieber direkt einfach an die hose tasche tasche hosentasche zum beispiel klemmen hier haben wir so eine entsprechende klemme dafür und dann haben sie den vibrations alarm zum beispiel oder wenn sie fernsehen gucken können sie auch das akustische signal hier wählen hat man ja schon mal hast du die kopfhörer drauf kriegst nichts mit ja willst die nachbarn nicht stören hast ein timer gestellt und kriegst gar nicht mit wie dann irgendwie alles bei dir verkocht oder die pizza im backofen dann so langsam vor sich hin kokelt weil du schlichtweg vergessen hast hier sie hörst du es nicht nur hier siehst du es natürlich auch durch das akustische signal und sie merken sie eben auch durch diese durch diese vibration ja also auch drei verschiedenste möglichkeiten das piepsen da ich was 18 sekunden habe ich meine luft das was 18 sekunden ja es ist wenig also kannst zum einen die zeit stoppen aber auch time also im vorfeld festlegen eine minute lang luft dann halten und dann zählt runter oder es zählt halt eben nach oben also wunderbarer timer hier großes lcd display vierstellig können sie hier einstellen für minuten und sekunden sie haben große tasten sie können jeweils die signale einzeln zuschalten oder ausschalten als stromversorgung brauchen sie bitte einfach nur noch mal zwei batterien typ trippel die bestellnummer ist die nc 31 18 und die 569 im übrigen haben sie hier nicht nur den clip sondern auch eine magnet halterung standfuß so dass sie überall dort perfekt mitnehmen können oder aufstellen können je nachdem wie sie es nutzen möchten günther 11 aus wiesmoor hat uns auch noch mal einen kundenbeitrag hinterlassen finden wir ja immer übrigens super spannend machen sie das gerne auch wenn sie hier bestellen mutter in klammern 88 jahre hatte das problem dass sie die eieruhr nicht mehr klingeln hörte diese blinkt vibriert und klingelt top für senioren oder hörgeschädigte wie wir schon festgehalten haben irgendwas hat er gepfiffen ihr pfeift und bimmelt die ganze zeit ich weiß nicht wie es euch so geht ich habe irgendwie das gefühl dass wir die ganze zeit artikel zeigen die normalerweise unmöglich für fünf euro zu haben werden das macht also alles einen wesentlich hochwertigeren eindruck als fünf euro jetzt weiß ich was da eben so geschiffen hat das ist unsere ja sagen wir mal zur weibel armband oder das weibel armband vielmehr ist keine uhr ist ein armband sieht zum einen sehr cool aus finde ich passt auch hervorragend zu deinem outfit heute ja ja diese karki abgestimmt aber passt zu deinem outfit heute sieht aber auch wirklich stylisch aus na und was sehe ich hier noch einen kompass sehe ich hier noch damit du ganz klar die richtung siehst und was habe ich noch hier habe ich noch was die preis für den kompass noch ein feuerstein ein feuerstein ist auch noch mit dabei das ist das teil hier ach so ja übrigens ein armband selber ist ein feil ein seil ein seil ein seil das natürlich ist das armband selber ein seil kommt auf die idee das ist übrigens freunde wir reden hier von einem zweier set ja und da sind wir wieder bei dem punkt ganz ehrlich alleine so ein seil oder so ein feuerstein oder egal jeder einzelne komponente davon ist für fünf euro schon fast hinterher geworfen insofern wäre ein armband schon für fünf euro sehr sehr günstig zwei stück davon sind ich finde ich perfekt es kann immer was passieren wenn du mal draußen unterwegs bist bist du auf wanderung oder sowas alles da bist du froh wenn du mal feuer machen kannst wenn du mal weißt in welche himmelsrichtung du laufen musst oder wenn du mal ein seil brauchst um etwas zu befestigen sowas kann man immer gebrauchen aber zum beispiel ja für sohn und vater ja das ist super interessant dass sie gehen zusammen das ist so ein partner look papa und sohn mit mit gleiche brauche ich glaube das ist ja das ist cool noch einmal ein feuerchen gemacht so mit feuerstein nicht mit feuerzeug das kann jeder oder streichelt ich war kürzlich bei den pfadfindern übrigens ich fand das total spannend die waren ja so viel selber die zelte bauen dann mit dem kompass durch den ball also ich war nicht bei den fahrtfindern aber ich war bei denen zu besuch und habe mal ein bisschen hallo gesagt habe mir das angeguckt wie die die zelte zusammenbauen wie die feuer machen wie die durch den ball stapfen ich fand das total spannend weil das ist so ein bisschen mein bruder war da früher ja echt ah ja da kennt das ja dann ja aber das ist ja eine standard liebe zuschauer beim west super geschenk für fünf euro beim fähne ein fiesel schweif dem sagt das noch was nicht irgendjemand fähne ein fiesel schweif guck mal einer aus der redaktion weiß es sehr schön klär auf tick trick und track die söhne von donald duck die waren die neffen entschuldigung die waren beim fähne ein fiesel schweif das war der fahrtfinderclub oder wie das war die fahrtfinder die melanie aus mund hat es verschenkt war ein geschenk für einen jungen und kam super an das kann man tatsächlich auseinanderdrösel das ist ein komplettes seil oder ich guck mal wie lang das ist drei meter langes seil kriegt man das wieder zusammen und du dachtest das wird ein feil so die nx 39 21 und die 5 6 9 finde ich sehr cool übrigens auch ein mini messer hast du dein schmutziges geschirr mitgebracht das ist also es geht hier nicht um die getränke oder die die snacks es geht de facto wirklich hier um den öffner richtig und push to open kapselheber darf ich das mal ausprobieren ich hab den noch nie ergeriert funktioniert nicht also wie geht das ich schätze das jetzt auf ich kenne twist to open weißt du so nein äh monika das hat gar keiner mehr sie haben schon zettel Achtung, 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 Achtung ne nein ja ja push to open ah jetzt ja ne wow jetzt ich ja wow wie cool ist das denn dann bleibt das auch noch hier stecken das ist ja mal richtig cool das finde ich wirklich wahnsinnig cool das auch schließen kann man ja wieder zu machen ja ehrlich jetzt nein kann man wieder zu machen echt ok warte mal das möchte ich probieren ne ich glaub zu machen na na du mach das guck mal nein ich zeig dir so drauf ach so ach so ach so und jetzt wieder auf das war witz das kannst du nicht machen Moment aber lustig aber cool ach so du hast mich veralbert gerade ich hab dir das abgekauft ach so also ich finde ihr macht das richtig gut du solltest Teleshopping machen ja ja das habe ich schon gehört wir haben ja auch richtig viele Kundenbeiträge du auch es sind alle richtig begeistert zum Beispiel der Christian der schreibt das ist mein mitgedacht vom Hersteller die Flaschen lassen sich super öffnen Moment Moment überhaupt wenn man mit den hinten Probleme hat bestellen sie gerne mit der NC 30 73 unter 569 und das ist wirklich richtig praktisch auf Ex höre ich gerade nein auf die trinke ich nicht aber willst du auch was trinken? ne Moment 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 mach nochmal guck mal her Musik Musik so jetzt denkt jeder man kann die Getränke kaufen mach uns verkauft aber nein es ist dieser Öffner das ist doch mal cool wer hat die Chips? ja ich dachte ich behalte sie auch schade ich dachte es geht in erster Linie um die Chips bei Moni musst du dich gut halten die Bunk hat immer Salzstangen ja und wer klaut sie mir Karsten so der Adrian aus Linz schreibt einfach genial seit wir dieses kleine Ding haben trinken wir viel mehr aus Glasflaschen auch wenn Besuch kommt ist das Teil ein kleiner Hingucker und sorgt für Gesprächsstoff der Mechanismus im Inneren ist recht simpel aufgebaut es ist verwunderlich dass nicht jeder bereits so einen Flaschenöffner im Haus hat das stimmt das stimmt weil jeder hat einen normalen Flaschenöffner da ne dabei ist der viel cooler Jana das ist doch krass oh ich mach uns hier schöne Beleuchtung das ist schon clever oh ja es handelt sich um LED Streifen die hatte ich auch mal zu Hause und hab damit ein Regal schön in Szene gesetzt das war so ein Regal wie so ein Sideboard nur halt eben relativ hoch gepackt und dann habe ich da so ein LED Streifen lang geschlängelt und lang geklebt dann hat das so eine indirekte Beleuchtung hinter diesem Sideboard Regal gegeben das glaube ich dass das cool aussagt das war so so schön das können sie hier mit auch machen haben hier richtig viele Vorteile übrigens auch ideal als TV Hintergrund Beleuchtung und da sehen wir das mal Sie sehen diese Streifen die sehen Sie nicht Sie sehen nur diesen Leuchteffekt und dadurch können Sie optisch eben das Bild so ein bisschen erweitern von Ihrem Fernseher ich habe gehört dass das auch die Augen entlasten soll wenn du nicht so einen krassen Kontrast hast zwischen hell und dunkel ich zitiere meine Mutter Junge mach den Licht an du verdirbst dir die Augen genau du kriegst noch viereckige Augen wegen dem Licht vom Fernseher man sollte immer noch mal eine zusätzliche Leuchtquelle irgendwo anlassen ja weil das Auge sucht immer den hellsten Punkt ja und das ist auf Dauer auf Dauer nicht das nicht gut für die Augen deswegen sagt man immer noch mal irgendwo eine Stehlampe oder irgendwo eine kleine Lichtquelle noch damit das Auge quasi so einen Kontrast hat das Schöne ist wir haben hier auch einen LED Streifen der gekoppelt werden kann per WLAN über eine kostenfreie App da bin ich ja immer Fan von weil da hast du die volle Kontrolle hier über die Farben über das wie die Farben sich zu verhalten haben also Sie können insgesamt 16 Millionen Farbtöne auswählen und 8 Leuchtmodi können Sie auch anwählen 8 Leuchtmodi 8 Leuchtmodi 8 Leuchtmodi auch für die Soundsteuerung nutzbar verwendet das Mikrofon vom Smartphone das finde ich auch cool das heißt wenn du zum Beispiel Musik abspielst kann das Licht auch auf die Musik reagieren die beiden sind völlig humorlos oder? guck dir das mal an ich bin Miss Purge wow Miss LED 2023 ja übrigens 2 Meter Länge haben wir hier 2 Meter? ja bestückt mit 30 LEDs und die leuchten ja auch ganz schön hell kann man übrigens glaube ich auch zurechtschneiden soweit ich weiß also wenn die 2 Meter zu lange sind brauchst du 1,80 Meter, 1,60 Meter oder was dann schneidst du den Rest ganz einfach ab bitte am richtigen Ende das macht schon Sinn aber wisst ihr wie teuer die sonst sind das ist wirklich Wahnsinn allein dass man das auch hier per Sprachsteuerung ne? ja genau steuern kann das da liegen die meistens ja bei über 100 Euro für so einen Streifen versuch was mal rot und hier rot funktioniert nicht 5 Euro Wahnsinn 30 LEDs also ich bin auch total begeistert probieren sie es unbedingt mal aus oder bestellen sie gleich mehrmals also wenn sie zum Beispiel mal so einen Schrank indirekt beleuchten wollen vielleicht nicht nur ihren TV sondern auch entsprechend ihre Fernsehkonsole die sie haben das sieht total toll aus und ist einfach ein toller Stimmungseffekt den sie hier mit erzielen können passend immer zum Film zum Krimi zum Beispiel würde ich rot wählen hier zum Dokumentarfilm vielleicht blau zum Naturfilm grün das können sie selber entscheiden 5 Euro ist wirklich ein knaller Preis die Bestellnummer ist die ZX5106 und die 569 nein also die Chip mir läuft das Wasser hier ständig im Munde zusammen beim Sprechen die Chips sind Bock drauf weil wir allerlei leckerer Ideen haben das ist ja richtig lecker das ist ja richtig lecker war der war der war letztes Produkt letztes Produkt ne jetzt ernsthaft sind 50 Minuten schon rum echt ernsthaft ja dann lass mich den Gag noch eben bringen wie klingt wie klingt das wenn man wenn man Heidi Klum ins Ohr pustet na ich zeige den hatte ich die ganze Zeit schon gefährlich was haben wir denn jetzt als 2,50 Euro Artikel wir haben ein Zweier Set als 2,50 Euro Artikel habe ich das wirklich gerade richtig gesehen ein Zweier Set für 2,50 Euro von was das heißt pro Produkt zahlst du hier nur 1,25 Euro und es handelt sich um einen RFID und NFC Blocker beziehungsweise eine Blockerkarte die ganz einfach im Geldbeutel verstaut schützt die vor Datenklau das kann nämlich ganz schnell mal passieren ohne dass sie es merken da muss jemand einfach mit so einem Gerät vorbeigehen habe ich gesehen und kann dann zum Beispiel vom Konto Geld abbuchen das ist ja Wahnsinn aber wenn du dir überlegst du kannst an der Kasse mittlerweile komplett ohne PIN auch bezahlen dann wundert mich das nicht dass das auch möglich ist das ist es ja gerade so und gerade jetzt in der Urlaubszeit so Ballungsraumzentren wenn du jetzt irgendwo mal in so eine so eine typische Touriecke oder sowas reingehst so eine Sehenswürdigkeit da sind ja hunderte, tausende von Menschen mit unter und irgendeiner von den Vögeln hat vielleicht was Krummes vor und hat so ein Handy in der Tasche und liest dir die Daten von deiner EC-Karte aus und bis 50 Euro weißt du selber kannst du im Supermarkt einkaufen da wirst du eigentlich nur in den seltenen Fällen nach der PIN gefragt ich glaube mittlerweile sogar schon mehr ja also ich glaube jedes zehnte Mal oder 15 Mal werde ich nach der PIN gefragt so aus Sicherheitsgründen ja aber bis dahin kann ich bis 50 Euro kann ich alles bezahlen ohne dass ich eine PIN eingeben muss und das wissen natürlich Langfinger auch und bis du das gemerkt hast bis du das nächste Mal auf den Kontoauszug geschaut hast sind ein paar hundert und nicht so ein paar tausend Euro weg der guckt denn schon täglich aufs Konto auf den Kontostand eben so und gerade bei 50 Euro oder sowas alles das fällt ja gar nicht bei so Urlaubsabbuchen gar nicht wirklich auf viele wollen jetzt auch nicht unbedingt so ein ein Kartenetui haben so ein komplettes sondern einfach mal so eine Möglichkeit das Portemonnaie weiter zu nutzen stimmt das eigene aber eben gleichzeitig diesen Schutz vor ja vor Datendiebstahl oder was zu haben und dafür ist so eine Karte klasse irgendwie so eine Einschubgeschichte so eine freie wirst du wahrscheinlich noch haben dann packst du das da rein und da sind deine ganzen Chipkarten entsprechend geschützt genau bis zu zwölf Stück und dann auch in 2,5 cm Reichweite das ist also eine solche Portemonnaie dicke und ja das Schöne ist halt wirklich wie du sagtest Carsten wir haben ja auch so Liebhaber Portemonnaies ne also das sind ja wirklich Schmuckstücke teilweise die wir hier haben wir da vor allem auch das sind ausgewählte Portemonnaies und das ist schön wenn wir dieses Portemonnaie eben ganz gezielt schützen können mit diesem RFID Blocker wie gesagt 2 bekommen sie hier zum Preis von nur 2,50 Euro also das ist wirklich richtig geschickt das ist auch wieder ich sag's ja immer so gerne in unserer 5 Euro Überraschungsshow das ist auch wieder Nuss ich hab ja auch einen Portemonnaie ich hab's vergessen zu zeigen ja einfach reinstecken und dann sind schon alle ihre RFID Karten und NFC Karten geschützt das war's anscheinend mit der 5 Euro Megashow ich bin immer noch ganz erstaunt dass das so schnell ging wenn Sie jetzt erst später zugeschaltet haben seien Sie nicht traurig schauen Sie nochmal online nach unter www.perl.tv die TV Sonderpreise gelten noch die nächsten 2 Stunden für Sie viel Spaß beim Einkaufen Ciao Ciao